So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig, es geht mal wieder um eine Zeitschrift. Um genauer gesagt, um die Bravo Sport Nummer 19 für 2,20 Euro. Und warum? Weil da ein Booster drauf ist. Von der brandneuen und aktuellen Tops Major Tech Bundesliga 2018-19. Ja, ihr habt richtig gehört. Die brandneuen und aktuellen Booster. Deswegen öffne ich jetzt gleich das Booster Pack und jetzt blättern wir erstmal in der Bravo Sport Rennrad rum. Weil, wie gesagt, ich mache es jetzt, weil die Sammelmappe müsste jetzt auch rauskommen oder schon da sein. Aber mein Zeitschriften-Dealer hat mich angerufen. Ihr seht, es sind ein paar Knick in der Zeitschrift. Und warum? Bevor ihr euch Fragen stellt. Wenn man sie in den Rucksack packt und damit ein Fahrrad fährt, dann zerknittert etwas. So, ich sage mal, tauschen. Ah. Aber nicht zu kurz ging es mir ja nicht um die Bravo Sport. Deswegen werde ich das Video jetzt mal verkürzen und weit umschlagen. So. Ich habe mir die Bravo Sport ja nur gegönnt, um mal einen Blick in der brandneuen aktuellen Tops Major Tech Bundesliga 2018-19 Karten zu erhaschen. Also öffne ich jetzt das Booster und ihr schreibt mir natürlich alles in die Kommentare, wie ihr die Karten findet, was ihr davon haltet, ob ihr sie selber sammelt und, und, und. Ganz egal was, hier könnt ihr und hier solltet ihr. Guckt euch das mal an. Sofort die perfekte Karte gezogen. Oh, zweimal sogar. So sehen sie von hinten aus. Fünf Karten drin. Und ich habe gedacht, das wäre ein Promopack. Wären nur drei. Aber ihr seht schon, fünf Karten drin. Und jetzt schauen wir uns die brandneuen aktuellen Karten an. Hey. Ja doch. Die haben mal wieder was ganz anderes. Ich bin ja sowieso wieder dabei und sammle sie. Und öffne jede Menge vor die Kamera. Aber das wisst ihr ja. Schaut mal. Doch, die Karten, die haben was. So, wie sind das die beiden? Allein die Farben. Perfekt. Müsst ihr das selber zugeben. Also, jetzt seid ihr gefragt. Was haltet ihr von den ganz neuen und brandaktuellen Tops Major Tech Bundesliga 2018-19 Karten? Das Design. Mehr will ich einfach nicht. Da ist jetzt ein Booster-Tütchen gewesen. Und ich sage wie immer. Das war ein kurzes Info-Video. Und jetzt sage ich wie immer. Bis demnächst. Kürtchen. Und Schautzu. Und Schautzu.